hey leute heute sind wir mal wieder in bio 2 heute wer werden wir mal wieder one versus one machen gegen fake me legit ist ein hacker leute heute geht es um das thema wo ihr wahrscheinlich auch in der video beschreibung gelesen habe ich habe ja mal ein video gemacht ich brauche eine brille ich war vor einem dreivierteljahr beim augenarzt der gesagt naja nicht das beste er könnte schon eine brille gebraucht meist im unterricht weil ich da nichts an der tafel oder wie man lesen kann geschweige denn wenn man meinen film schauen sich gar nichts von hinten und ja dann war ich jetzt hat gestern ja bei bei wie heißen so was beim brillen ding der halt nicht da wo man bringen kaufen kann apollo hat es heißen aber ich weiß nicht wie wie jetzt hat so das überhaupt heißt also brillen brille verkauf verkäufe keine ahnung dubi und ja dort haben wir uns habe ich mich mal wieder testen lassen die hat einfach gesagt ist viel schlechter geworden meine augen sind viel schlechter als wieder vor ja aber nicht so viel sagt wahrscheinlich ja und deswegen jetzt muss ich durchgehende brille tragen ist so richtig nervig er wird seine ausgesucht alter die kostet war richtig viel geld aber trotzdem ja die muss jetzt aber wahrscheinlich doch getragen finde ich richtig traurig ich bin irgendwie mir steht einfach keine brille meiner meinung nach wenn ich mich mit der brille an schauen muss sie teilweise lachen ja aber doch sicherheit schärfer weil ich sehe alles unscharf einer kleinen von von einer nicht so langen des tanz ne falsch gesagt was bist du für nerviger ich unterhalte mich hier und du du schwitzen dein leben nur wenn jetzt doch gewinnt wird dann red ich fast gar nicht mehr und ja ich bin patrick du bist ein lappen ich bin patrick du bist ein oberlappen leute ich war so auf ihn drauf bio 2 logik danke schön sehr lieb von dir dass du mich so lieb rassiert würde gehen würde gehen würde gehen würde gehen würde gehen würde gehen zu mal leid leute ich habe irgendwie kleinen ohrwurm hörst früher gehört und dann kann man nicht tun leute schreibt mal rein wie ihr bw2 findet ob ich das mal bringen soll auf meinen kanal oder eher weniger oder vielleicht ne also ob ich das halt auch bringen könnte nicht nur bringen könnte weil wenn ich springen würde dann würde ich das einmal ein bw2 video kommt am tag und einmal ein bw2 video also dass das ihr halt abwechslung habt und nicht nur bw2 oder bw2 wenn ihr wollt schreibt es mal in die kommentare wird mich freuen um ehrlich zu sein weil das spiel ist nicht schlecht erinnert sogar leicht an bw2 obwohl die maps richtig richtig groß aber manche maps sind wirklich cool finde ich und ja leute shop das haben wir mal rein oder ja mal mit down nach oben das kann ich immer schwer definiert schwer ausdefiniert wer es jetzt mehr mag und welcher weniger weil meist hat es trotzdem die gleiche like zache deswegen weiß ich sie mani deswegen einfach mal in die kommentare schreiben hashtag ww2 ja wenn ihr das wollt leute wenn ihr das wollt wenn ihr es nicht wollt dann schreibt einfach hashtag nicht ww2 ja einfach mal reinschreiben wird mich richtig interessieren deswegen ja und leute kann euch jetzt hat noch vermeint und wohl geht es ja zelena an dem video kommen runter warum habe ich nur waffe gewechselt du bist so dreckig irgendwas hast du gehen dich kann man auch nicht ganz gefühlt spielen war ja gegen den anderen was so gestellt ja davor ist gut für mich deswegen haben wir noch 30 1 gezogen obwohl die muni war glaube ich nicht einfach so gewechselt reden jetzt spielen bei dir muss man sich schon leicht anstrengen minimal anstrengend für sexy ich bewege mich wie ein hobbelhäschen das war mal so klar du hast mein trick benutzt und ich habe deinen trick benutzt ich habe nicht nur ganz gezielt ich kann als wenn ich habe ich bin typischer quickscope und leute wenn ich online nehmen immer harzgruppen seht da ist das finde ich muss so lächerlich egal ob die einfach ihre waffe hochleveln wollen man muss einfach quickscope lernen ich habe um so schneiden zu können wie ich gerade kann nicht gegen den das ist ein ober nur wie deswegen verliere ich gerade wenn ich möchte dann nicht so verlieren lassen es sonst weint er ja noch auf jeden fall um so zu halten zu können wie ich dauert es knapp über ein jahr um deshalb zu lernen also dass man halt direkt weiß wo man hinziehen muss wo wir was aber man auch oft vielleicht zumindest bei dem gerade weil er so rum hüpft und da gar nicht geimpft hat obwohl doch der hüpft jedes mal ich sehe es immer guck ich sehe hier meinen normalen bildschirm eine echtzeit ganz mal und ich sehe dann rechts den bildschirm so knappe 1 bis 2 kunden verzögert ich habe gar nicht gesehen die bildschirm rausgegangen ja und herz sehe ich dann auch immer sozusagen die abschlusskamera so wie das am schluss ausgesehen hat bei mir heute meine sich natürlich aber ich muss sagen in waffen bin ich nicht so gut wie ein sniper ok dann lass irgendwann mal wieder waffen wenn man es sind war für 30 0 bis wenn das können immer bei dir zu bevorstehen oder ist meine taktik sehen wie du geflogen bist ich würde sagen schlecht wir sind gewinnig dort mein ziel hilfe hat mir den kliff aber ich habe jetzt gesehen das ist mal leicht nachgezogen wo du gesprungen bist und für ohne ziel hilfe ist es viel schwerer gleich zwar auch aber da treffe ich mich nicht jeder sagt ich bin ohne ziel hilfe der lieb ich sage mal ohne ne 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 du hast beinahe gewonnen dann sage ich doch nicht ohne ziel hilfe aber du beinahe besponsiert du jetzt aha da legt mich hin mein minimaler hat es kopf minimal aller minimal ist haja du liegst du schlawiner ich bin zwei rebellen du bist bei der schmalen ich habe keine nacken hast du gerade zu mir keine nacken wenn dir ist das video nicht werbefeindlich ok ähm wo bist denn du ich habe gewonnen ja hast du richtig gut ich weiß ich sehe es doch aber auch richtig ich finde solche mal richtig schön wo es halt nicht drin ist einer noch draußen und genau doch vor ich finde wie wirklich richtig lexko pen weil die leute es besser mit dem video gewesen gibt auf jeden fall ein daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und es ist so leute es besser mit dem video gewesen und gibt auf jeden fall ein daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und